Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Knochenarbeit oder so. Ähm, Gott ist das laut heilige Scheiße. Ich mach's ein bisschen weiter runter hier. Ähm, da war letztes Mal das Problem. Ich habe bei anderen Leuten gesehen, man muss anscheinend gar nicht das ganze Rätsel dort lösen. Man kann auch einfach schnell genug drüber sprinten und sich da hochziehen. Das habe ich jetzt vor zu versuchen. Hat nicht so gut geklappt. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich pausier an der Stelle lieber kurz und guck mal, dass ich das hier gelöst kriege. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da unten ist das ganze Zeug. Ich bin da in der Lampe hochgeklettert. Und jetzt muss ich mich anscheinend dahin katapultieren, I guess. Wie geht das hier, ey? Kann ich hier irgendwas betätigen? Ja, ich kann was betätigen. Okay, dann muss ich mich dann... Okay. Gucken wir mal. Mhm. Wow. Nein. Ich hoffe, die liefern hier das Checkpoint-System bald nach. Es ist richtig nervig, dass ich mich erst wieder hier hinspielen musste. Und ich weiß nicht, warum ich so heftige Lacks habe hier. Oh. Hi. Okay. Ich das gewusst, dann wäre ich da nicht reingegangen. Okay. Fünf District. Ah. Reclamation Bin. Bin ich am Levelende? Kann das sein? Muss ich nämlich noch darunter? Ja, da unten ist Reclamation Bin, weil ich habe nicht alle Waffen, die hier sind. Das heißt, ich nehme nur die Minigun ins nächste Level mit und der Rest der Waffen verschwindet im Reclamation Bin. RIP-Leben, aber so ist es halt, ne? Ah. Ökreize, ey. Überall. Nase, Mund, alles. Ich weiß noch nicht, warum das Spiel diesmal so laut ist auf meinen Ohren. Aber ich habe vor einer Testaufnahme gemacht, eigentlich müsste es passen. Und ich weiß auch nicht, warum das Spiel so laggt. To be quite honest. Genau. Die. Reclamation. Die habe ich auch nicht. Reclamation. Ähm. Da unten. Inventar. Das Messer habe ich auch nicht. Reclamation. Aber die Mikrozy und die habe ich. Das heißt, die kann ich ins nächste Level mitnehmen. Immerhin. Wo kommst du jetzt her? Ach ja, Moment. Jetzt habe ich ja keine Pistole mehr. Hui, was war das denn? Dann kann ich die ja nach rechts packen. Die ist ja meine Zweitwaffe. Meine erste Waffe ist ja die Pistole. Also der greife ich immer als erstes. Die funktioniert auch mit. Mit der kann ich glaube ich am besten umgehen. Besser auch mit der Minigun. Ich guck mal gerade was. Okay. Hab nur kurz geguckt, ob der Pegel passt. Aber es sieht so aus, es würde passen. Nun gut, dann gehen wir doch da mal durch. Habe ich eigentlich den Timer weiter fortgesetzt? Ich muss mal kurz gucken. Ja, sieht so aus. Okay. Okay, okay. Ja. Hier passt doch immer halbwegs. In der Range. Please wait. Boneworks. Äh. Eigentlich irgendwie eine übertriebene CPU-Exlastung oder sowas. Oh ja. 99 Prozent. Das erklärt, warum ich hier immer wieder Lacks habe. Ich verstehe nur nicht, warum ich so eine CPU-Auslastung habe. Hm. Vielleicht wird es nachher besser. Ich hoffe zumindest. Der letzten Test auf Nummer hatte ich 60 rum. Hm. Ja. Oh. Why you? Oh, da liegt eine Waffe. Das ist gut. Die kommt hier erstmal rein. Okay. Da tut sich nichts. Who the fuck is that? Oder gibt es... Na? Alles okay bei dir? Bist du dich wohl? Dich lieb. Süßes kleines Ding. Oh, da gibt es neue Waffen. Oh baby. Oh baby. Die kenne ich beide nicht. Sind das die... Warte mal. Sind das nicht dieselben? Ne. Doch. Keine Ahnung. Warum kostet die mehr und die weniger? Die habe ich schon. Die ist mir egal. Ähm. Gut. Dann nehme ich halt die, die günstiger ist. Warte mal. Wieso nehme ich die Munition dafür? Kann ich nicht mit... Demunition... Äh. Demunition. Wo ist meine Minigarn hin? Warte mal. Warte mal. Habe ich die nicht? Wo ist meine Minigarn hin? Ist die da hinten eliminiert worden? Oder habe ich die irgendwo verloren? Ich werde die irgendwo verloren haben, oder? Nein. Anscheinend nicht. Anscheinend... Also... Keine Ahnung. Vielleicht habe ich sie ja verloren. Kommt da nicht mehr hin. Das kann auch sein. Ich hätte gerne mit dem Pistol-Munition gezahlt, weil ich davon mehr habe. Aber... So ist das Leben, I guess? Warte mal. Mit welchen Munition? Ja, ich zahle mit der Munition. Ja, mei. Pumm. Und Pumm. Gib her. Hm. Sieht doch ganz gut aus. Refund. Genau. Kriege ich nämlich noch ein bisschen mehr zurück. Und ich mache mal wieder zu. Da ist ein 30... Ding... Geschenk. Das möchte ich testen. Was ist das? Was kriege ich hier? Hm. Oh. Das ist ja schön. Das ist ein schönes Geschenk. Da freue ich mich. Vor allem für 30. Du kommst jetzt da rein. Du kommst jetzt da rein. Du kommst... Nee, war da andersrum. Ich bin nicht fähig. Die wird auch eine Reclamation. Bin dann reingepackt. So. Fuck. Kann ich dich da nicht rein machen? Doch, kann nicht. Oder? Nee, du fährst immer wieder runter. Dann muss ich da rein packen. Okay. So. So. Ja. Passt zu weit. Sieht alles gut sortiert und machbar aus. Munition ist auch okay. Sind mir das die 30 Schuss wert? Nein. Eigentlich... Ja. Doch. Eigentlich... Ich weiß es nicht. Ich werde schon irgendwas finden, womit ich Sachen kaputt kloppen kann. Wenn es ist, habe ich Hände. Da hinten ist Munition. Wieso geht das nicht? Hm. Okay. Das funktioniert sehr schlecht. Ich kaufe mir doch nochmal eine... Axt. Nein. Du haust nicht einfach ab. Okay. Ups. Ja. Warte mal. Kann ich die überhaupt da hinpacken? Ich bin auch blöd. Gern nicht überprüft. Ach. Das war Refund. Zack. Du kommst her. Ich habe vorhin so einen komischen Extraslot gefunden in meinem Inventar. Vielleicht kann ich den dafür verwenden. Hoffentlich. Meine Fresse. Geht's doch einfach alle aus dem Weg. Wo ist denn das Problem? Wollt's mir doch nur schwerer machen. Jo. Sieht doch schon besser aus. Okay. Inventar. Ja. Ja. Da kann ich's nicht reinmachen. Aber da kann ich's reinmachen. Das ist gut. Dann ist ja alles easy. Peasy. Zitronenquetschend. Ich habe mich jetzt vielleicht ein bisschen aufhalten lassen. Irgendwo hier gammelt so ein Typ rum. Oh. Das sind Nobodies. Da sind auch welche. Hey. Was ist das? Ist das Munition, die ich hier krieg? Oh ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist wieder so ein oranger Locker. Den muss ich zumindest überprüfen. Oh. Crowbar. Ist auch gut. Ups. Da war der Tastaturmweg. So. Hast du mir hier unten durchgeguckt gehabt? Ja. Geht's. Sehr schön. Gibt's hier auch noch was drin? Ah. Munition unter anderem. Sewage System. Hey. Was holst du nur gleich zweimal aus? Wieso kann ich das nicht mehr aus? Wie kann ich den nicht wegschubsen? Ah. Weil ich Lacks wie Fick hab. Alter. Was ist das denn? Gutes Crowbar kann ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mitnehmen. Das war die falsche Taste. Inventory. Nö. Das muss ich in der Hand behalten. Wird leben. Nach dem Part gucke ich dann mal eben, was hier so dermaßen laggt. Das ist ja brutal. Das geht ja gar nicht. Klar. Ich weiß gar nicht. Ich nehme an, ihr werdet's vielleicht sogar sehen. Oh. Oh. Cool. Kann ich damit eigentlich auch das öffnen? Ja. Ich glaub das hat sich kurz eingehakt gehabt. Ja fast. Okay. Das ist so leichter. Uh. Noch ne Pistole. Hm. Die ist mir sogar lieber als die andere Pistole ehrlich gesagt. Ich hab gedacht. Die ist zwar ganz nice und so. Ja. Jetzt hab ich sie auch schon im Recomation bin eingelöst. Brauch ich nicht. Hat nur 30 gekostet. Glock ist mir immer lieber. Sorry Pistole. Hau rein. Komm ich will dich zumachen. Ganz cool mit dem Crober. Ja geht. Okay. Nee geht nicht. Okay. Und es sind null Bodies. Da will ich eigentlich nicht runterspringen. Da hinten muss ich anscheinend hin. Da kann ich vielleicht runter. Gucken wir mal. Hm. Vielleicht kann ich mich so irgendwo ran festhalten mit dem Crober. Ah. Moment. Komm ich von da? Ja ich komm von da. Okay. Hm. Dann müsste der nächste logische Schritt eigentlich nach unten gehen sein. Ah. Aha. Das sieht doch hier aus als könnte ich darüber balancieren. Eventuell. Das sieht doch aus als könnte ich das hinkriegen. Gar nicht mal so schlecht hier. Okay. Ja. Ich glaub der ist tot. Hier ist ein großer roter Button. Das hab ich ausgelöst. Ah. Ich hab das Tor runter gefahren. Oh. 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 Okay. Ähm. Ein bisschen hinderlich. Wie kann ich mich jetzt da am besten verteidigen? Ah. Da ist Munition. Spiel hör auf so heftig zu hängen. Das ist ja brutal. Ich komm gar nicht mehr auf mein Leben klar hier. Warte mal. Hab ich da gar nichts drin. Ich hätte die zweite Pistole mitnehmen können. Egal. Okay. Der ist erledigt. Da lebt noch ein Nobody. die ansonsten war da anscheinend keine mehr von denen. Okay. Ich möchte nicht zu viel Munition verschwenden. Komm wieder her Waffe. Oh da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Ich schwör zu Gott diese Legs sind brutal. Ich nehme an ihr werdet ihr auch sehen. Zum Glück wird mir davon wenigstens nicht übel. Was? Mach ich damit? Oh ich fahr den runter. Hä? Ach da muss ich drauf bleiben um den runter zu fahren. Mein Herrgott spring doch wieder rauf. So ein hoher Sprung ist das nur echt nicht. Ach der hängt sich irgendwo ran auf. Kann das sein? Nur woran? Naja ist wurscht. Voll das erste Mal runter. Ah Nobody. Oh ich kann den dahinter gar nicht richtig treffen. enough trench area. Guck mal klar auf dein Leben. Ich bin nicht so gut im Treffen anscheinend. Okay. Hat aber gereicht. Hier hinten. Oh. Okay. Okay. Hoppala. Ich bin gut darin Buttons zu verfehlen anscheinend. Gut. Was habe ich jetzt eingeschaltet? Generatoren wie mir scheint. Was macht das hier? Ah. Ah. Hä? Okay. Das fährt ihn auch runter. Das hier. Hm. Verschiedene Knöpfe tun verschiedene Dinge. Und dann komme ich nicht so gut ran. Gut. Ist aber glaube ich. Ich meine ich weiß nicht ob das eine Relevanz hat ne. Hm. Na komm. Lass dich drücken. Ah. Nicht bei den Lags. Okay. Bildschirm schmilzt teilweise von meinen Augen ey. Geben wir erstmal hier lang gucken was hier zu. Oh da ist anscheinend. Ah nein. Wo, wo, wo war alles meine Würfel? Greif sie doch. Wo greifst du hin ey. Hä Wellin, dreif doch die Pistole. Oh Gott, ey. Das war jetzt vielleicht ein bisschen heftig. Geh mir nie wieder zurück. Warum packst du die nicht ein? Ah ja, falsch, das Inventar. Ja, da war ja was. Moment, Inventory. Und da nehme ich. Gut, ich lebe noch. Noch. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache das so. Hätte ich sie gefangen, wäre es cool gewesen. So war es eher nicht so cool. Hau her. Nicht das Holz. Okay. Anscheinend ist da gerade keiner mehr von denen. Anscheinend da unten. Ah, fuck, mit dem habe ich noch nicht geschossen. Okay. Blät. Hüi, blät. Erstmal hier. Ah, Munition. Ja, das ist schon mal schön. Munition nehme ich immer gerne. Das meinte ich jetzt so nicht zum wörtlich Spiel. Okay. Der Musik entnehme ich, dass da eventuell noch einer kommt. Da war was. Herrgott. Hüi, blät. Warum habe ich denn da jetzt gerade so lange nicht getroffen? Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Hm. Unter anderem habe ich vielleicht die falsche Waffe. Vielleicht soll ich mit der anderen schießen erst einmal, um mein Überleben zu sichern. Vielleicht ist die die bessere Option. Okay, der muss... Da war uns alles was. Okay. Noch einer. Ich cheate gerade ein bisschen, um mir Munition wieder herzuholen. Wo ist denn das... Wo habe ich das Crowballer? Da habe ich es hingeschmissen. Ich meine, ich kann das wahrscheinlich auch jetzt einmal liegen lassen, aber sicher ist sicher. Okay. Ich gucke mal gerade kurz... Oh. Mach die, mach die, mach die... Ja, das wollte ich gucken. Mach die Aufnahme aus. Gut, das mache ich dann auch mal. Ähm. Aber erst mal soll ich dafür, dass ich still bin und ich die ganze Zeit singe. Da ist STRG und 1. Okay. Okay, dann hoffe ich, euch hat der Part bis dahin gefallen. Und man sieht sich wieder im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss.